Das ist jetzt ja mal wieder Wasser in der Hand. Ja, das sag ich auch. Auf dem Weg zu Oberoth durch Osterberg. Im Schloss ist niemand daheim. Niemand daheim im Schloss, ha? Ja, weißt du, woran man das sieht? Wie? Ist der Lumpadena, ist der Lumpdusa. Was? Ist der Lumpadena, ist der Lumpdusa. Ach, Fahne? Ja. Ach was, hängt hier Fahnen raus? Echt? Ja, normalerweise, wenn die Fahne da oben ist, dann ist er daheim. Ja? Also ist der Lumpadusa, ist der Lumpdusa. Okay, jetzt habe ich es kapiert. Aha. Und ist der Lumpadena, ist der Lumpdusa. Aha. Aha. Das ist ja so eine furchtbare Strasse. Ja, die ist echt wackelig. Holprig. Aber weißt du, die sind in Amerika auch nicht besser, die Strasse. Und da hat es bei uns noch schlechtere. Und ich sage immer Pozolvenia. Mei, mei, mei. Ja.